Also, es gibt noch eine. Eine richtig tolle Überraschung. Dein Überraschungsgeschenk. Oh! Du errätst nie, was das ist. Du bekommst eine ganz tolle... Pakete. Ich weiß. Aber das sollte doch eine Überraschung sein. Ich weiß. Aber es ist keine. Keine von den tollen Überraschungen ist eine Überraschung. Ich habe alles vermasselt. Prinzessin, na? Ohne richtige Überraschungen ist es kein richtiger Geburtstag. Naja, du hättest vielleicht nicht danach suchen sollen. Nein, das war falsch. Ich weiß was. Du kannst mich ja überraschen. Ich? Ich wüsste nicht wie. Geh wieder raus und dann komm wieder rein und ruf... Überraschung! Na schön. Pass gut auf, Moor. Achtung! Jetzt! Überraschung! Überraschung! Es funktioniert nicht. Ich habe es schon gewusst. Tja, aber irgendjemand wird überrascht sein, wenn die Wäsche nicht fertig ist. Ich aber nicht. Ja, und jetzt ist sie ganz, ganz traurig. Wir müssen sie überraschen. Was machen wir? Überraschung! Nett, dass du es versucht hast, Gisbert. Was hast du denn, Prinzessin? Jetzt gibt es überhaupt keine Geburtstagsüberraschung. Oh je. Ach. Ach, Achtung, sie kommt. Überraschung! Eine Überraschung? Für mich? Natürlich, Püppchen. Zu einem richtigen tollen Geburtstag gehört doch eine Überraschungsfeier, oder? Oh! Rechter Fuß, Schluss. Ja, gewonnen! Also, und los. Ja! Eins, zwei, drei. Verbiegert! Gut gemacht, Schätzchen. Wo seid ihr alle? Na, jetzt gab es ja doch noch eine Überraschung, Prinzessin. Ja, und für dich habe ich sogar auch noch eine. Wie schön! Überraschung! Danke, Prinzessin. Gern geschehen. Gern geschehen. Peace. Untertitelung des ZDF, 2020